Die ersten zwei Spiele nach der EM, sie sind absolviert für die deutsche Männernationalmannschaft. Wir sprechen über das 5 zu 0 gegen Ungarn und das 2 zu 2 gegen die Niederlande. Und das tun wir in unserer All-Star-Besetzung mit Caroline Kipper und Martin Rafidt jetzt hier im Rasenfunk. Und nun im Programm der Rasenfunk. Das Traurigste ist, dass ein Heimelm wahrscheinlich in meiner Kehrer auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch, die Aussage? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich war man Weltmeister. Das ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt. 25 übrigens. Alles zum deutschen Nationalteam. Wir begleiten das deutsche Team auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. In welchem Jahr auch immer. Und erstmal ist es ja nur der Weg dorthin. Erstmal war aber Nations League angesagt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob-Ost. Und ich freue mich, dass ich hier die Runde von der EM und dem ganzen EM-Jahr ja eigentlich schon bei mir habe. Caro, schön, dass du da bist. Wie haben dir denn diese ersten beiden Spiele gefallen? Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Ging jetzt ja doch schneller los, schneller weiter mit der Nationalmannschaft als gedacht und auch ernster als gedacht. Ich finde es sehr schön, dass wir nicht über Freundschaftsspiele reden, sondern direkt auch über zwei Pflichtspiele reden. Und dass wir weiterhin Nagelsmann verfolgen können, den wir ja hier im Podcast von Anfang an alle zusammen jedes Spiel analysiert haben. Das ist ein bisschen so, als wäre das so eine erweiterte Trainerstabänderung. Wie meinst du das jetzt? Das, das, in dem Moment, wo Nagelsmann berufen wurde, wurden quasi auch wir als mediale Begleitung mit zusammengestellt. Da habe ich euch mit dazugehört. Ja, ich musste gerade überlegen, ob wir nicht tatsächlich das erste Spiel von Rudi Völler auch noch hatten. Haben wir nicht das zweite, frage ich, auch gemacht? Nee, das war noch nicht. Nee, ich nicht. Okay, dann war ich da auch nicht dabei. Ja, wobei, Caro, vielleicht haben wir zwei das noch mit jemandem dritten gemacht. Naja, auf jeden Fall schön, dass ihr hier seid. Und Caro hat da ja schon einen interessanten Punkt angesprochen, Martin. Ich habe nämlich auch den Eindruck, die Nations League ist ein Grower. Also so langsam schätzt man diesen Wettbewerb und dass es eben nicht nur Testspiele sind, die man hat zwischen den Turnieren. Wie geht es dir damit? Ja, also ich habe jetzt mehr aufgehorcht als früher. Also ich habe jetzt gesehen, es ist Nations League und ich hatte eigentlich tatsächlich nicht mehr so diesen Impuls. Naja, gut. Allerdings hast du auch schon vor jetzt einer Weile gefragt, ob wir das im Podcast machen. Deswegen wusste ich auch, dass es für mich relevant ist. Vielleicht ist das ein bisschen eine Verzerrung, die da auftritt. Aber die Spiele haben sich, also die Spiele haben sich auch nicht wie Testspiele angefühlt. Jetzt gerade das zweite nicht. Also ja, ich glaube, es ist auch ganz natürlich, dass sich so ein Wettbewerb auch erstmal ein bisschen etablieren muss. Gerade wenn das ein Wettbewerb ist, der vom Format her noch neu ist und so diffus immer mal stattfindet. Ich glaube, so Wettbewerbe, die so über einen langen Zeitraum verteilt sind, sind immer schwerer zu greifen, als welche, die auf dem Punkt sind. Und da ist wahrscheinlich normal, dass man erstmal so reinkommen muss ein bisschen. Ja, man muss ja auch mal ehrlich sagen, dass Deutschland sich bis dato nicht mit Ruhm bekleckert hat in der Nations League. Also man ist da mal abgestiegen, dann doch nicht abgestiegen, weil die Nations League aufgestockt wurde. Man war nie in diesem Final Four-Turnier bisher. Da habe ich nochmal ganz schnell gegoogelt, bevor die Sendung losging. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch immer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Und das ist jetzt auch ein bisschen Interpretation, aber bei Joachim Löw hatte ich auch nie das Gefühl, dass eben sonderlich viel an dem Wettbewerb liegt. Im ersten Jahr ist man ja nur deshalb nicht abgestiegen, weil sie damals den Modus dann nochmal geändert haben tatsächlich. Und man hat das Gefühl, es hat eine andere Bedeutung aktuell, dieser Wettbewerb. Und zumindest mir geht es so, so direkt nach einer EM, wo man so tief eingetaucht ist in viele andere Teams. Und wo man auch gesehen hat, hey, dieser Qualifikationspfad über die Nations League, der kann richtig was bewegen. Da macht es auch nochmal viel mehr Spaß, sich andere Spiele anzugucken. Also ich habe mich zum Beispiel wahnsinnig darüber gefreut, dass Georgien seine beiden Spiele gewonnen hat. Heute jetzt auch gegen Albanien. Sie führen jetzt mit sechs Punkten ihre Gruppe an. Also der Aufstieg in Gruppe A ist quasi schon so gut wie sicher in der Nations League. Also das georgische Miracle, es geht einfach weiter. Wir wollen aber jetzt über die Deutschen sprechen. Und da haben wir ja, Caro, einige Abschiede gesehen. Manuel Neuer hat seine Karriere beendet. Toni Kroos, das wussten wir natürlich schon, haben wir auch schon besprochen. Ilkay Gündogan hat seine Karriere beendet. Und Thomas Müller tritt auch nicht mehr im Nationaldress an. Welche Auswirkungen hat das denn deiner Meinung nach auf das Team? Hast du da was erkennen können jetzt in den beiden Spielen gegen Ungarn und gegen die Niederlande? Also auf jeden Fall hat man da was erkennen können, weil gerade mit Gündogan und Kroos ja auch zwei Spieler gegangen sind, die auf dem Feld sehr erkennbar waren, ohne damit jetzt natürlich Manuel Neuer als auch absoluten Stammspieler unterschlagen zu wollen. Aber da war ja von Anfang an klar, dass der Tag irgendwann kommen wird, wo Ter Stegen auch, wenn er mal dran darf in der Nationalmannschaft, auch seine Leistung zeigt. Weil in dieser Vertretungsrolle ist er ja nie aufgegangen, auch spielerisch. Aber insbesondere Kroos und Gündogan. Kroos haben wir jetzt ersetzt gesehen durch eine Doppelsex aus Kroos und Andrich. Das war sehr interessant und hat auch gut funktioniert, vor allem gegen Ungarn. Aber das war ja auch das deutlich leichtere Spiel für beide, für das deutsche Team. Und was sehr interessant war an dem Abgang von Gündogan, mit Gündogan ist ja auch der Kapitän gegangen, also auf mehreren Ebenen eine sehr wichtige Figur in der Nationalmannschaft. Es gibt jetzt einen neuen Kapitän mit Joshua Kimmich. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht darauf hinaus, sondern dass natürlich in der Offensive jetzt ein Platz mehr ist. Und wir deswegen gegen Ungarn Niklas Vöhlkrog von Anfang an gesehen haben und gegen die Niederlande auf dem Papier. Sehr ähnlich, bloß dieses Mal mit Ungarn, weil Vöhlkrog wohl nicht ganz fit war. Und das war eigentlich ganz, es war ähnlich, aber nochmal ein bisschen anders mit einem Stoßstürmer drin. Weil es war immer noch diese Viererkonstellation aus Musiala, Havertz, Wirz und noch eben der vierten Person. Aber dieses Mal war es eben nicht der offensive Mittelfeldspieler, der da noch dazugekommen ist, sondern eben ein Stürmer und rein vom Ergebnis her hat es super geklappt. Vöhlkrog hat getroffen und er hat in seinem ersten Spiel für die Nationalmannschaft von Anfang an auch getroffen. Ja, also der Verlust ist natürlich riesig von diesem Namen. Es gibt keinen Weltmeister mehr im Team, aber auf dem Platz haben wir dafür sehr viel Spaß, weil es für uns was Neues zu sehen gibt und ja. Und ich habe gesehen, ich weiß nicht, entweder hat Martin ein sehr lustiges GIF gesehen, während du gesprochen hast, oder über irgendetwas hat er sich sehr gefreut. Ich habe mich darüber gefreut, dass wir Toni, dass wir groß durch groß ersetzt haben und musste daran denken, dass die Tottenham Hotspurs einmal Kyle Walker abgegeben haben für viel Geld und als Ersatz in der Hinterhand den neuen Rechtsverteidiger Kyle Walker Peters hatten. Was, finde ich, deutlich zu wenig Aufmerksamkeit in der Fußballwelt bekommen hat. Okay, das ist, ich verstehe es. Ich hätte es auch wissen müssen, das ist deine Humorebene. Aber Martin, was sagst du denn zu diesem Wechsel? Könnte man vielleicht sagen, es klingt ketzerisch, aber dass wir gerade jetzt das viel spannendere Team auf dem Feld gesehen haben, eben ohne Gündogan und Groß? Ja, ich war ja so ein bisschen, wenn ihr euch erinnert, mein Feldzug ging ja nicht gegen Gündogan, sondern in die Richtung, dass ich einen richtigen Zehner da haben wollte. Passt Gündogan ins System, war unsere EM-Vorschau. Genau. Und jetzt haben wir das, noch ein bisschen konsequenter offensiv, noch ein bisschen nach vorne gedacht zumindest, noch ein bisschen logischer. Und ich finde, es ist schon geil. Also die Mannschaft macht echt sauspaß zu schauen. Gerade das zweite Spiel jetzt, da waren die Niederlande auch noch sehr, sehr gut, aber ich finde Deutschland trotzdem eine Stufe besser. Und wie du einfach konstant über die gesamte Spielzeit immer wieder Ideen, Kreativität von allen Räumen, du hast immer einen guten Aufbau, du kommst immer in gefährliche Räume, du hast immer gefährliche Szenen, du hast immer, also es ist einfach so ein guter Fußball. Weil es geht einfach zack, zack, zack. Und wenn man in der ersten Minute gegen die Niederlande hinten liegt, hat man trotzdem das Gefühl, naja. Also mindestens drei Tore werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen. Was dann am Ende nur zwei sind. Aber ich finde die Mannschaft jetzt in der Konstellation, das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Harvard als so ein bisschen der, der nicht permanent dieser Anker vorne drin sein muss und Tiefe geben muss, sondern sich so ein bisschen frei durch die Gegend bewegen kann. Dadurch wird es deutlich mehr Bewegungsspielraum. Wir hatten auch endlich mal ein paar Szenen, wo Wirz und Musiala zusammen links zustande gekommen sind. Gegen Ungarn da auch ein wunderbares Tor direkt draus gemacht. Also du hast auf einmal noch viel mehr Konstellationen wirklich in die vorderen Räume und in die Tiefe rein dadurch. Und ja, das macht sauspaß zuzuschauen. Und gleichzeitig haben wir ja aber unser ganz persönliches römisches Reich und das ist die erste Hälfte im Viertelfinale gegen Spanien. Wie oft, Caro, hast du an diese erste Hälfte gedacht, jetzt als du diese vier Hälften gegen Ungarn und die Niederlande gesehen hast? Du stellst aber Fragen. Oder hab nur ich ständig an diese erste Hälfte gedacht. Ich hab mir immer wieder gedacht, meine Güte, Musiala und Wirz, warum hat man das nicht in der ersten Hälfte gegen Spanien gesehen? Also fairerweise muss man da aber dazu sagen, dass Wirz jetzt auch einfach merklich von diesem Monat Pause mal profitiert hat. Der war einfach wirklich ein bisschen überspielt und das ist jetzt schon noch ein anderer Florian Wirz als beim Turnier. Das stimmt. Aber trotzdem, das, was die beiden gekocht haben, war heiß. Also es war, und ich mein, klar, Ungarn defensiv sehr schwach. Überhaupt, Ungarn eine der Enttäuschungen jetzt der letzten Fußballmonate, würde ich sagen, generell gesprochen. Aber die Art und Weise, Caro, wie die beiden Wirziala, haben wir sie genannt, Wusiala scheint sich durchzusetzen. Ich bin, kann mit beidem gut leben. Aber das ist halt einfach ein, da war so eine Fluidität im Spiel. Die, die hätte ich einfach gerne auch gegen Spanien in der ersten Hälfte gesehen. Auch wenn es damals ja taktische Gründe gab, es anders zu machen. Wir haben es ja damals besprochen. Ja, verstehe ich. Und man muss natürlich auch, also gegen Ungarn, gerade Musiala war ja von einer anderen Welt, das ist ein Spiel, was man so auch nicht häufig sieht. Ich glaube, da haben auch ganz viele Zeitungen die glatte 1-0 vergeben als Note. Ein Tor, drei Assists hat er ja in dem Spiel. Ja, an jedem Tor außer dem Elfmeter beteiligt. Und auch, ja, wie die Tore gefallen sind, wie viel Kreativität und wie viel Freude das ausgelöst hat. Und auch Wirz hat ja auch getroffen gegen Ungarn. Aber gegen die Niederlande war es für beide dann doch nochmal eine Spur schwieriger. Und sie haben gegen Ungarn auch geglänzt, weil, wie du gesagt hast, Ungarn nicht besonders, also Ungarn wirklich schwach war. Und deswegen da, ja, mehr Räume waren wenig, aber wirklich nicht unterschlagen will. Und bei wem ich das Gefühl habe, der kommt ein bisschen, ist ein bisschen unterm Radar, ist für mich Pascal Groß im Spiel gegen Ungarn. Der war doch auch großartig. Also was der da teilweise weggespielt hat und der hat Pässe gespielt, von denen ich, wenn ehrlich gesagt, nicht wusste, dass der das so kann. Und hat dem Spiel so viel Ruhe gegeben. Und ist vor allen Dingen, hatte vor allem auch einen starken Zug zum Tor. War für mich ein ganz gefährlicher Faktor. Und ja, ich glaube, für Visiala, Vusiala kann man einfach nur das Wort brillant, individuell brillant benutzen. Und es ist natürlich auch ein Zeichen für Nagelsmann und für die Mannschaft, dass das so rauskommt in der Art, wie sie spielt. Martin, wie geht es denn dir mit dem Offensivspiel? Also ich, gleich, lass uns auch auf jeden Fall gleich nochmal über Groß sprechen. Das finde ich schon auch richtig, dass du es nochmal angesprochen hast, Caro. Aber wenn wir gerade bei Musiala und Wirtz sind, jetzt hat das ja unterschiedlich gut funktioniert, waren ja aber auch logischerweise unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Konstellationen. Hat das, dass wir gegen die Niederlande aber gerade so weniger direktes Zusammenspiel wieder hatten zwischen Musiala und Wirtz, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass in dem einen Spiel Undorf gespielt hat und in dem anderen Völkrug? Oder wo würdest du die Unterschiede sehen jetzt in der offensiven Herangehensweise in den letzten beiden Spielen? Also ich fand, der Hauptunterschied war, und ich glaube, das liegt daran, dass Ungarn Fünferkette und Niederlande Viererkette gespielt haben, dass wir gegen Ungarn sehr, sehr häufig von der Seite aus gespielt haben und die Dreierkette im Aufbau dann so rübergezogen haben. Ich hatte euch vorhin die Screenshots schon geschickt mit dieser diagonalen Staffelung, die ich in meinem aktuellen Seminar thematisiere. Sie können sie anmelden über spielverlagerungen.de. Und dann gegen die Niederlande war es dann eine zentrale, weil ich glaube, gegen dieses kompakte 4-4-2-Ding hat Nagelsmann einfach eine sehr, sehr klare Idee, dass du es einfach über die Halbräume und dann über die Halbräume zu sind, über einen Flügel ausspielst, wie man es dann bei dem zweiten Tor gesehen hat. Deswegen, glaube ich, hat man da dieses Rüberschieben auf die Seite nicht so viel gesehen und dadurch dann auch war es ein bisschen ein anderer Ansatz, ein bisschen klarer in die Position reingespielt und nicht ganz so stark aus Positionsänderungen und so kleinen Überladungen und Kombinationen herausgespielt, wie es gegen Ungarn der Fall war. Was wird und Musiala beide, beides sehr, sehr gut können. Also das macht durchaus Sinn, dann je nach Gegner entweder mehr das eine oder mehr das andere zu fokussieren, wobei die Niederlande es schon gut gemacht haben, dass sie schon sehr, sehr kompakt waren. Ich habe mich gefragt, ob es ein bisschen an der Kamera lag, weil ich hatte das Gefühl, die waren immer, also wenn die komplett im Zentrum standen, war trotzdem am Flügel so wenig Raum. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen engeres Feld haben oder ob die Kamera komisch ist, aber so visuell sahen die wahnsinnig kompakt aus, was aber jetzt konkret von den verfügbaren Abständen her nicht so viel Sinn gemacht hat. Na, egal. Was wollte ich sagen? Ja, ein bisschen unterschiedliche Ansätze da und nicht so stark, nicht so viel Fluidität, was du schon genannt hast, nicht so viel einfach die vorderen Spieler können hinlaufen, wo sie wollen, wie das gegen Ungarn der Fall war, sondern ein bisschen klarer, die Position muss besetzt sein, weil das ist eine Schwachstelle beim Gegner, bleib bitte dort und dann können wir es darüber sauber ausspielen. Wobei Wirz schon auch immer noch relativ viel Bewegungsfreiheit hatte, aber es ging dann mehr darum, die beiden ins Dribbling im richtigen Raum zu bekommen und nicht so stark ins Zusammenspiel, aber beides sehr, sehr gute Varianten und glaube ich, macht die Mannschaft auch noch unvorhersehbarer, wenn man zwischen diesen beiden Varianten so ein bisschen wechseln kann. Was ein bisschen auch eine sehr positive Erkenntnis war, ist, dass Wirz auch von der rechten Seite fast vollwertig agieren kann. Das war ein bisschen das Problem, was wir bei der EM hatten, dass wir gesehen haben, in dem Moment, wo einer von beiden rechts spielt und nicht mehr links, dann ist er deutlich schlechter, als wenn er links spielt und Wirz kommt jetzt auf der rechten Seite dann doch ziemlich gut zurecht, spielt sehr, sehr gute Pässe und profitiert da, glaube ich, sehr dolle von Havertz, der ihm da so ein bisschen Raum schafft, der teilweise auch ein bisschen rechts noch in die Breite geht und dadurch ein bisschen was öffnet oder für ihn da eben als Kombinationspartner auch zur Verfügung steht. Also Havertz-Würz-Kombination und mit Kimmich dann noch der, der dazukommt, das haben wir dann gegen die Niederlande auch mehr gesehen. Das ist auch sehr, sehr gut, auch sehr gefährlich. Ja, alles super. Ich würde bei einer Sache eine leichte Einschränkung machen, weil es war schon oft eine Fünferkette, in der die Niederlande verteidigt haben, weil Ragbo bis zu seiner Verletzung, der hat sich eben oft fallen lassen bis in die letzte Kette und dann war es ein 5-3-2. Und eigentlich fand ich, dass da Deutschland in dem Spiel es schlechter gemacht hat als gegen Ungarn, weil gegen Ungarn, also man muss dazu sagen, die Screenshots, die du uns geschickt hast, das ist gruselig. Ich habe überlegt, ob du es im Nachhinein hingefakt hast, weil die Positionierung Deutschlands gegen die Fünferkette Ungarns ist genauso wie in deiner Folie von deiner Academy. Und da dachte ich, hat er da nochmal was dran gedreht? Aber ich kenne ja diese Folie. Und also das war quasi einfach eine sehr, sehr gute Raumbesetzung. Und das fand ich gegen die Niederlande schlechter. Und interessanterweise fällt das 1-1 aus einer Situation, in der sie es eigentlich gar nicht so gut gemacht haben. Das Gute ist dann, also da wird Kimmich angespielt von Thar, aber er steht quasi allein gegen vier, weil die alle auf den Flügel geschoben haben und Deutschland eben nicht gut positioniert ist. Er spielt zurück zu Thar, Thar spielt zurück zu Andrich. Und der hat dann den Geistesblitz und die sehr gute Idee, nämlich die Verlagung auf dem Ball fernen Außenverteidiger. Der Pass ist super geschlagen. Dumpfrich steht nicht gut. Der wird nach innen gelegt, unterfleitet ihn weiter. Und Kimmich, der durchgerannt ist, der auch mit seinem Lauf vielleicht ein bisschen für Irritationen schon vor dem Pass von Andrich gesorgt hat, der schießt dann zum, nee, 2-1 war das tatsächlich. Ja, so, jetzt ist es korrekt. Aber das wollte ich eben noch kurz ergänzen. Manchmal war es schon eine Fünferkette, aber wir haben eben gesehen, Caro, so richtig hat offensiv, über die Defensive müssen wir gleich noch sprechen, Deutschland nichts aus dem Tritt bringen können, auch wenn die Chancenqualität gegen die Niederlande, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, man hatte sehr viele Abschlüsse, man hatte geblockte Schüsse, es gab auch Situationen, du kannst über Strafstoß diskutieren beim Foul an Musiala, du könntest darüber diskutieren, ob man den Angriff in der letzten Minute abpfeifen muss. Boah, ey. Ist es für dich eine Diskussion oder woher kommt das? Boah, ey. Es war ein bisschen frustrierend, oder? Na, es ist komplett absurd, das abzupfeifen. Du bist eigentlich ein sicheres Tor. Naja. Du schießt ja 3 gegen 1 auf dem Außenverteidiger, ey. Ja, okay. Ich habe mir schon gedacht, dass du da eine eindeutigere Meinung hast als ich. Ich dachte mir so, ja gut, wenn er sich vorher vorgenommen hat, abzupfeifen, sobald der Ball halbwegs geklärt ist, dann. Kann er schon machen. War ja noch nicht, war halt noch nicht halbwegs geklärt. Ja, genau. Es gab noch eine weirde Situation, wo er das abseits vor dem Linienrichter abgefiffen hat. Ja, gut, aber das hat ja der Linienrichter wahrscheinlich gesagt. Offside und dann. Aber ja, das stimmt. Vergessen kurz. Generell muss ich auch sagen, also alle gelben Karten gegen deutsche Spieler waren absolut berechtigt. Und gerade in der Defensive müssen wir da auch gleich drüber sprechen. Aber dass die Niederlande aus diesem Spiel rausgehen, ohne eine einzige gelbe Karte, das hat ja auch eine gewisse Ironie. Was? Ja. Was? Holy shit. Was war denn da los? Also es gab ja so eine Phase so zwischen 60er und 80er ungefähr, wo man das Gefühl hat, da hat jetzt irgendjemand ein Kommando gegeben, tretet jetzt mal zusammen so, damit die nicht mehr ins Spiel zurückkommen. Das wird ziemlich crazy, ey. Ja, aber also ich kann es mir nur mit einer Verschwörung erklären, Martin. Wir sind da in der großen Sache offen. Davide Massa, er hasst Deutschland, anders kann es nicht sein. Wollen wir es nicht zu groß machen, aber es war interessant. Aber ich war ja eigentlich gerade bei der Qualität der Chancen. Also man findet immer wieder zu Chancen. Andererseits, also ich, ist jetzt ein bisschen überkritisch, aber eigentlich muss man doch das Spiel gegen die Niederlande gewinnen, Caro, oder? Hm, du, ob man das jetzt gegen die Niederlande gewinnen muss, weiß ich nicht. Aber das 1 zu 1 steht ja auch ein bisschen für Qualität der Chancen, weil das war ein Nachschuss. Und das war, ja, genau da haben, also durch ein, klar, ein gutes Angriffspressing, aber grundsätzlich, Martin, korrigiere mich bitte, wenn ich hier mit einem falschen Pressingbegriff kurz um mich werfe. Nee, alles richtig. Das war auch ein Fehler von den Niederländern, den da Musiala ausgenutzt hat, den Ball erobert hat. Havertz hatte da viele Anteile am Tor. Was heißt, also von Musiala individuell stark, von Havertz individuell stark. Ich kann mal überlegen, wer den Ball da noch an den Füßen hatte. Nee, die zwei. Und dann eben der Nachschuss von Undaf war drin. Und das war, der Ausgleich ist durch ein Fehler im Ballbesitz von den Niederländern entstanden. Ähm, deswegen, ja, verstehe ich da diese, diese zwei, diese, diese Ambivalenz. Aber was man, was man ja auch sagen muss, ist die Innenverteidigung von den Niederländern, die ist krass. Also das ist, Van Dijk, der ist, glaube ich, 1,95 groß, Undaf kratzt so ganz knapp an den 1,80. Das sah schon, ähm, äh, das, das war schon Unterschied. Und Martin hat es ja auch gerade schon angesprochen. Man hatte das Gefühl, dass die sehr kompakt stehen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass zwei Linien der Niederlande sehr dicht aneinander stehen. Und dass nicht nur da zwei Linien dicht aufeinander stehen, sondern dass auch ganz schnell zwei Leute auf den Füßen von Wirts und Musiala stehen, die sie dann zu mehr Fehlern zwingen. Ein paar mehr Fehlpässe, als es gegen Ungarn der Fall war. Ähm, also das fand ich auch, ich fand das stark gespielt von, von Holland in der, von den Niederlanden. In der Defensive, ähm, ja. Ja, wobei, ja, jetzt, wo ich dran hatte, gefallen mir auch, gefallen mir auch. Darf ich, darf ich, darf ich rein, darf ich reingrätschen und euch beide zusammenbringen. Ich glaube, es ist man, es gab viele Szenen, wo man relativ einfach noch deutlich mehr rausholen kann. Musiala ist ein bisschen schusswütig gerade und könnte, hätte einmal zum Beispiel einfach Raum ganz einfach durchstecken können. Er hätte zwei-, dreimal rüberlegen können in Rückraum oder ähnliches. Und dann gab es noch ein paar andere Szenen, äh, wo mal ein Pass, ähm, nicht, nicht tief genug gespielt wurde oder so, die relativ einfach vergeben wurden. Und ich glaube aber, wenn man gegen eine ziemlich stark, also, sehr kompakt verteidigende und individuell überragend besetzte niederländische Abwehr, wenn man da 21 Schüsse rausspielt, äh, zwei, zwei Tore aus dem Spiel macht, äh, und dann noch das Gefühl hat, hätten wir nicht eigentlich noch deutlich mehr Tore machen können, dann spricht das sehr für die Mannschaft. Also, wenn man gegen die Mannschaft das Gefühl hat, wir hätten eigentlich vier Tore machen müssen, dann ist es schon, dann, dann sieht man da schon brutales Potenzial von der Mannschaft, ne. Und ich bin mal gespannt, ich habe auch das Gefühl, wenn man noch so an zwei, drei Stellschrauben im letzten Drittel oder auf den letzten 16 Metern, äh, dreht, dann, ähm, dann wird das komplett unstoppable, so. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass gegen die Niederlande viel über Außen gelaufen ist, das fand ich jetzt nicht besonders vielversprechend, also, viele Flanken sind da logischerweise bei Van Dijk oder De Lift gelandet, ähm, also, da erinnere ich mich jetzt an eher schnell, schnell entschärfte Situationen, die über Außen, ähm, gekommen sind. Und, und, was mich jetzt mal wirklich interessiert, an was willst du da beim Museala noch arbeiten? Also, klar, ich verstehe, dass du sagst, er ist abschlusswütig, finde ich auch eine schöne, schöne Formulierung, aber, wenn wir mal an das, zum Beispiel an dieses Tor, nach diesem Solo-Auf gegen Ungarn denken, man kann doch nicht viel besser am Abschluss sein als Museala, oder? Naja, er nimmt halt Schüsse, die einfach, äh, geblockt werden und wo auch relativ klar ist, dass die geblockt werden, weil er hofft, dass die irgendwie noch durchgehen und ich glaube, ähm, das ist natürlich, also, es gibt Schüsse, die werden geblockt und du weißt halt vorher nicht, ob die geblockt werden oder durchgehen, ähm, und dann gibt's Schüsse, da weißt du's eigentlich relativ sicher, aber du hast das Gefühl, naja, wenn ich jetzt nicht schieße, dann, dann kommt hier nichts mehr raus aus der Situation, das sind bei ihm aber, vor allem mit den Fähigkeiten, die er hat, sind es relativ häufig, äh, Situationen, wo ich denke, okay, wenn er jetzt einfach sagt, ja, wahrscheinlich wird der geblockt, ich guck mal, was sonst noch geht, dann findet er ein sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute andere Option, also, er kann ja, er ist ja so, dass er immer noch eigentlich einen Meter weiter dribbeln kann, wenn er muss, so, ähm, das kann er nutzen, um vielleicht einen Schuss durch die Beine zu provozieren, ähm, und wenn nicht das, dann, äh, kann er eben, wie gesagt, in Rückraum, also, normalerweise, wenn er antribbelt, dann müssen ja immer vier, fünf Leute sich vor ihn verschränken, damit er nicht sauber zum Abschluss kommt, so, und das, äh, erzeugt immer eine Menge Raum im Rückraum, ähm, und, und der muss dann belaufen, äh, werden, wir haben mit, mit Groß und Andrich zwei sehr, sehr gute Distanzschützen, von da wird's auch, ähm, und dann Raum kommt normalerweise auch dazu und ist sehr, sehr gefährlich, wenn du den zur Grundlinie schickst, wie gesagt, gab's eine Szene, wo er es, wo das machen muss, meines Erachtens, da, wo, wird er von zwei verteidigt und Raum wäre komplett, frei, ähm, und wenn da die Entscheidung einfach noch so ein, so ein Ticken besser ist, äh, dann glaube ich, dann ist er einfach noch mal 50 Prozent effektiver gefühlt. Ja, also so Thema Entscheidungs, Entscheidungsfindung. Ja, ja, und sie waren auch einfach ein bisschen unpräzise, es gab zum Beispiel auch einen Konter nach Balleroberung, da ist einfach der Pass von Undaf ganz leicht in den Rücken von Havertz und deswegen muss Havertz nochmal auf Musiala schießen und der nimmt sich dann den Schuss, der wird abgefescht und geht knapp drüber und war aber in der schlechteren Position. So sind, Dinge sind noch mit dabei. Ich wollte aber noch eine Einschränkung machen, also, ja, irgendwie haben die Niederlande sehr gut verteidigt und natürlich sind Van Dijk und Delicht tolle Verteidiger, Nathan Ake sowieso, aber auf der anderen Seite hatten ja auch, also Delicht spielt diesen klaren Fehlpass, äh, auch genau in die Richtung, in die er auf gar keinen Fall passen darf, das muss er einfach sehen. Äh, und auch, also sowohl Delicht als auch Scouten werden in der Halbzeit ausgewechselt, also, ich finde, das muss man schon auch noch zumindest miterwähnen, die hatten eigentlich, obwohl sie viele Dinge trotzdem noch okay geregelt haben, nicht ihren besten Tag und, äh, dann hat Koeman, äh, Van Hecke sein Länderspieldebüt gegeben von Brighton in der Innenverteidigung und dafür Delicht rausgenommen. Also, ich finde, da gibt's schon auch ein Aber und das Aber gibt's ja auch auf der defensive Seite, aber ich hatte ja versprochen. Ich würde, darf ich kurz reinkretschen, ich würde aber prognostizieren an der Stelle, dass gegen die Mannschaft noch sehr, sehr viele Innenverteidiger nicht ihren besten Tag erleben werden. Okay, ja, fair, das kann man auf jeden Fall so sehen. Wir werden auch gleich noch über die Schwächen der deutschen Defensive sprechen, aber ich habe ja versprochen, dass wir Pascal Groß auch noch ansprechen wollen. Und da war ja das Interessante, Martin, das wir gegen Ungarn gesehen haben, vom Aufbau her ist es in relativ vielen Situationen ähnlich von der Schematik her wie bei der EM, also ein 3-2, manchmal auch ein 3-1, das hängt so ein bisschen mit der Feldposition zusammen. Also, auf jeden Fall, jemand kippt in die letzte Linie ab, aber die Rollenverteilung zwischen Andrich und Groß schien mir viel rotierender zu sein, als eben mit Toni Kroos, wo wir immer Toni Kroos als linken Innenverteidiger quasi gesehen haben und wo wir ja auch bei der EM analysiert haben, na, im Moment des Ballverlustes hast du da auch manchmal ein Problem. Ist es vielleicht jetzt eine Linderung dieser Schwäche, die man da bei der EM hatte, die aber nicht so wirklich offengelegt wurde von vielen Gegnern? Ja, ich finde, es gibt sogar noch eine geheime Schwäche, die diese Großrolle mit sich trägt, nämlich, dass man dann einen Sechser hat, der eher ein Abräumer ist. Und ich persönlich fühle mich immer wohler, wenn ich einen Sechser habe, der eher so ein Typ ist wie Groß, wie Groß, wie Pavlovich, der da richtig, richtig ballsicher ist und richtig smart in den Entscheidungen. Und ich finde Andrich, auch wenn er hier und da mal einen richtig geilen Pass spielt und mit Ball sicherlich nicht schlecht ist, ist er nicht auf dem gleichen Level und ist so ein bisschen zumindest eine potenzielle Schwachstelle im Aufbau, wenn er auf der Sechse ist. Und wenn er abkippt und in der Innenverteidigung steht, dann kriegt er das total souverän eigentlich hin. Deswegen gefällt mir die Konstellation noch ein bisschen besser insgesamt und aber auch die Varianz, die Variabilität, die man da reinbringt, dass man mal Groß auf links, mal Groß auf rechts hat, dann mal Andrich in der Mitte. Wir hatten das erste Tor gegen die Ungarn, entstand aus einer Szene, wo Groß auf rechts abkippt, dann kommt Kimmich in die Mitte, Havertz geht breit und macht den Raum für Wirz auf, der dann da reinläuft. Also eh eine schöne positionelle Flexibilität, die es wirklich, die es glaube ich auch sehr, sehr schwer macht, gegen Deutschland zu planen, was du dagegen pressen willst. Ja, und insgesamt mag ich die Rollenverteilung auf die Weise etwas lieber. Ja, also du hast es ja schon gesagt, der Bewegungsradius von Groß, den er auf dem Feld abdeckt, ist sehr groß. Also zum Beispiel, wenn ich an das Ungarn-Spiel denke, diese unfassbar schöne Flanke vor einem Lattenschuss von Havertz, die kam von Groß, aber auch am Ende der ersten Halbzeit, als Ungarn einen starken Konter hatte, war Groß der letzte Mann und hat die Aktion geklärt. Also er ist an sehr vielen Punkten auf dem Platz zu sehen und ja, das macht ihn für mich so stark auf dem Feld. Und das, was du zu André sagst, ist mir auch im Eins gegen Eins aufgefallen gegen die Niederlande, das war gegen Gravenwächter, hat er auf den Kürzeren gezogen, einfach auch, weil er langsamer ist. Ja, ich meine, damit kann man natürlich auch überleiten zum 0 zu 1, das war der frühe Gegentreffer in der ersten Minute gegen, also zweite Minute war es faktisch gesehen, jetzt dann gegen die Niederlande. Da presst Deutschland an, stellt aber er und es gibt einen langen Ball von Verbrocken auf Brawbay, das war ein Mittel, das vor allem in den ersten 20 Minuten sehr viel genutzt wurde. Der lässt den Ball mit der Brust prallen, Tah hat sich mit ihm rausziehen lassen aus der Kette und Andrich zögert einmal ganz kurz, ob er jetzt dann draufgehen soll auf den ballführenden Spieler oder ob er sich fallen lassen soll. Wahrscheinlich hätte es aber gar nicht mehr den großen Unterschied gemacht, weil Kimmich nämlich sehr weit zurückgezogen war schon. Gagpo hat den, glaube ich, relativ weit nach vorne gezogen, das konnte man immer nicht so genau sehen, deswegen wäre es eh kein Absatz gewesen. Und Kimmich war aber auch weit genug weg, um zu helfen, deswegen ist Reinders mit einem Schnittstellenpass, ist er durch und kann dann das 1 zu 0 erziehen gegen Ter Stegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Szene besser gewesen wäre, wenn da jetzt nicht Robert Andrich gespielt hätte, sondern Pavlovic zum Beispiel. Also es scheint ja auch eine Diskussion zu sein, dass das eine Option sein könnte, sehe ich schon auch. Aber eigentlich war ja das Problem, dass da einfach die Sortierung nicht gestimmt hat und wenn Tah sich rausziehen lässt, was okay ist, muss jemand anderes absichern. Oder Martin, oder was übersehe ich da? Ja, Kettenverhalten eigentlich, Abwehrdreieck, das ist Abwehr 1x1 und wurde in der Szene dann nicht. Ist natürlich, wenn du vor allem Andeckung auf dem ganzen Platz spielst, ist immer so ein bisschen, Tah ist ein Kopfballduell, du spekulierst ein bisschen drauf, dass er das Kopfballduell gewinnt und du bist gerade aus der Situation davor, bist du noch auf deinen Gegenspieler ein bisschen fokussiert, weil du 1x1-Tendenz stehst und dann haben sowohl Schlotterbeck als auch eigentlich, ich glaube, der größte Fehler ist eigentlich Schlotterbeck, ich müsste es nochmal sehen, aber Schlotterbeck war dann nicht rausgerückt, ich glaube, er war links. Ja, ja, genau, aber er war zu weit weg, um einzugreifen. Er hätte quasi fallen lassen müssen. Genau, wenn ein Innenverteidiger geht raus, der andere fällt dahinter und die Außenverteidiger schieben rein, und Beidams, also weder Kimmich noch Schlotterbeck sind da konsequent reingeschoben. Tendenziell ist das aber in dem Fall bei Schlotterbeck, also bei ihm ist naheliegender, weil er auch näher an Tah dran ist und Kimmich hat halt in der Breite noch jemanden. Wahrscheinlich war Schlotterbeck auf Simons dran, weil Raum vorher vorgeschoben ist. Ich habe es nicht gesehen, aber es wäre die logische Variante, dass man hinten zu dritt stand. Aber, ja, war aber dann auch einfach ein langer Ball, wo du einen zweiten Ball gewinnst und dann sofort tief weiterleiten kannst. Das ist auch eklig zu verteidigen. Das kommt, wenn man sehr, sehr hoch presst mit viel Risiko, rutscht einem halt ab und zu mal so einer durch. Wir haben dann auch gesehen, dass im restlichen Spiel nicht mehr passiert ist. Also es ist nicht so, dass es eine riesige Systematik ist. Ist das nochmal passiert? Habe ich es verpasst? Also ich erinnere mich an ganz viele Situationen, wo Brogueri wirklich durch die Innenverteidiger durchläuft. Also drei, vier Situationen. Nicht eins zu eins so, dass die Innenverteidiger zu hoch aufgerückt sind. Aber im Duell hat sich Brogueri so oft durchgesetzt, dass es fast gewirkt hat, wie so ein Spiel von Zehnjährigen und Brogueri ist irgendwie in seiner Pubertät weiter. Also das war ja ... Das war krass, ne? Ja. Ich habe in den Chat geschrieben, währenddessen, kennt ihr niemand gut, der sieht so aus, als ob er der weltbeste Stürmer aller Zeiten wird, in sich durchsetzen gegen Innenverteidiger im Rücken. Das war echt crazy, ey. Das war der Hintern von Brogueri, meine Meinung nach. Ich spoiler schon meinen Award. Weil er es so gut geschafft hat, sich Tha vom Leib zu halten. Und Tha war ja auch natürlich wahrscheinlich auch begünstigt durch den frühen Gegentreffer und frühe gelbe Karte. Schlotterbeck und Tha haben nach 24 Minuten beide schon gelb gesehen. Und dann kam David Raum noch kurz danach noch mit dazu. Da waren es drei von vier Verteidigern. Aber das war schon irre zu sehen, dass Tha dagegen keine Mittel hatte. Und es hat mich fast sogar gewundert, dass es bis zur Halbzeit gedauert hat. Es ist natürlich aus vielen Gründen gut nachvollziehbar. Aber dass da Julian Nagelsmann drauf reagiert hat, dann Beidemann Anton gebracht hat. Und als der dann auf dem Feld stand, habe ich wirklich die ersten drei Minuten, da hatte auch die Niederlande, hatten ja eine ganz gute Chance. Und dann hatten sie eine längere Ballbesitzphase. Und ich habe nur geguckt, okay, wie macht das Anton? Und Anton war so elektrisiert. Er war nah dran auf Proppel. Der lange Pass wurde angedeutet, er ist sofort tief gegangen. Er hat immer wieder geguckt, wo ist Nico Schlotterbeck. Er hat auch zweimal an Schlotterbeck übergeben, ist aber direkt in der Nähe geblieben. Also du hast gesehen, in der Halbzeit haben sie nochmal drüber geredet. So kann das nicht sein. Wir können uns hier nicht von einem Hintern einfach so aus dem Spiel drängen lassen. Und dann wurde es auch besser. Aber für das zweite Tor hat es trotzdem noch gereicht. Ja, genau, stimmt. Richtig, das war ja dann sogar, das war ja wieder der Hintern des Spiels, der da ... Also die Gegentore fallen sehr einfach. Ist das ein großes Thema, Martin? Oder wie groß wirst du das machen? Müssen wir mal gucken, wie gut andere Mannschaften das bestrafen. Wir haben natürlich Rüdiger nicht dabei. Also Schlotterbeck ist Innenverteidiger Nummer drei und würde ich sagen, hat den wesentlichen Fehler bei beiden Toren gemacht. Ansonsten würde ich TAR auf einem Level einschätzen, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass er eine Schwäche bleibt auf Sicht. Und Rüdiger bringt eben nochmal mehr Stabilität und Wucht hinten rein. Deswegen glaube ich, also es ist wahrscheinlich immer noch so, dass die Viererkette von Deutschland nicht das gleiche Format hat, wie die von Frankreich oder von den Niederlanden. Aber auch nicht so, dass es ... Also auch nicht so, dass man einfach damit leben muss, okay, wir haben einfach immer nur eine mittelmäßige Viererkette, wie es noch vor zwei Jahren jetzt war. Da hat sich schon in der letzten Saison einiges getan mit TAR und Rüdiger und dann noch Kimmich, der dazu kommt. Ja, deswegen glaube ich. Ich glaube, ich sehe auch noch die Variante, könnte ich mir vorstellen, dass man Schlotterbeck wie beim BVB jetzt als Linksverteidiger einsetzt und dann Dreieraufbau macht, wo der Rechtsverteidiger nach vorne schiebt in Kimmich und dann irgendjemand anders Breite gibt. Musiala oder vielleicht sogar Führig, genau. Und dann hätte man, glaube ich, wahrscheinlich insgesamt noch ein bisschen mehr Stabilität. Aber ja, also es war auf jeden Fall eine Schwäche, die groß genug war, dass die Niederlande die ausnutzen konnte. Aber eben auch mit fehlendem Antonio Rüdiger. Und ja, Punkt. Wie würdest du es sehen, Caro? Ich habe ehrlich gesagt über meinen Unsung Hero gerade nachgedacht, weil als du das angesprochen hast, ist mir das eingefallen, dass ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Aber ja, zur Toranfälligkeit. Sie fallen halt sehr einfach, die Gegentore. Also gerade beim 2 zu 2 habe ich mir das gedacht. Deutschland hat sich wirklich, das deutsche Team hat sich gut ins Spiel zurückgespielt und hat auch einen hohen Aufwand betreiben müssen, um dann ein sehr schön herausgespieltes 2 zu 1 zu erziehen. Und dann kommen die Niederlande aus der Halbzeit raus, leicht verändert, mit eben dann insgesamt drei Wechseln, weil Aki kurz vor der Halbzeit ja auch verletzt schon mal raus musste. Und sie machen aber eigentlich nichts anders, außer dass sie dann mal hochgepresst haben und dass sie Deutschland gestresst haben. Und da gewinnen sie den Ball gegen Musiala, der auch die Idee hat, am eigenen Strafraum zu dribben. Wir haben über Verbesserungspotenzial von Musiala gesprochen, würde ich auch nochmal eine kurze, kleine Fußnote setzen, könnte man auch noch darüber reden. Und dann fällt aber dieses Tor halt wahnsinnig einfach, weil halt eben einfach wirklich wieder Brobbel sich einfach, der ist tief angespielt, behauptet sich, legt quer und Dumfries ist durchgelaufen. Dann war es auch kaum zu verteidigen noch. Und ich finde, das muss man schon sagen, dass halt einfach beide Gegentore wahnsinnig einfach fallen. Es ist erklärbar. Man muss jetzt auch keinen Weltuntergang draus machen. Aber auch deswegen gewinnst du halt dann so ein Spiel nicht, in dem du ja eigentlich nicht schlecht bist. Ja, danke auch, dass ich jetzt nochmal Zeit hatte, um nachzudenken. Wir reden da viel über die zwei Gegentore beim Niederlandespiel. Aber im Ungarnspiel hatte Ungarn die erste Chance der Partie. Also die hatte Schulhofschei. Und das war auch nicht die einzige Chance, die Ungarn nicht genutzt hat in dem Spiel. Und das ist wieder das Thema, dass Ungarn ein schwacher Gegner war. Ja, und dadurch, ja, mir fällt das aber so schwer über Situationen, wie du gesagt hast, mit Musiala. Das sind individuelle Fehler, die passieren im Spiel. Und das ist, dann fällt mir das so ein bisschen schwer, da jetzt eine allgemeine Aussage zu treffen. Aber mit Sicherheit wird das ein Thema sein. Und mit Sicherheit wird da auch vor allem um die Positionierung der Innenverteidiger gesprochen werden. Weil ich sehe das ein bisschen anders als Martin, dass es eben nur diese eine Situation beim 1 zu 0 war. Denn im Spiel gegen die Niederlande, das war für mich auch so, dass, also der Grund, warum man auch dachte, Deutschland kann das gewinnen, weil die ja Ende der zweiten Halbzeit hat der Gegner, haben die niederländischen Spieler nicht mehr viel gemacht. Also sie haben das nicht ausgenutzt. Sie haben eben nicht mehr gekontert. Und ja, also theoretisch wäre da noch, wäre da mehr Energie im niederländischen Spiel gewesen und wäre da noch mal ein Konter gestartet worden. Dann denke ich, hätte da ruhig auch, also hätte da einer auch so durchgehen können, so. Waren relativ platt die Niederlande am Ende des Spiels. Ja. Ich habe ein paar Kommentare dazu. Musiala möchte ich so ein bisschen in Schutz nehmen, weil aus zwei Gründen, also es ist ein Fehler offensichtlich. Nicht nur, dass er den Ball verliert, sondern wahrscheinlich ist es sogar ein Fehler, dass er versucht, ins Dribbling zu gehen, weil die Situation so zu ist, dass er, glaube ich, nicht durchkommen kann. Allerdings ist eben, ist das ja eine Entscheidung, die in einem Sekundenbruch da getroffen wird. Und Musiala ist ein Spieler, der in seinem Leben die Erfahrung gemacht hat, wenn ich Druck kriege und ich versuche, durchzudribbeln, komme ich meistens durch. Und so diese Erfahrung zu entwickeln, um zu gucken, wann ist denn eine Situation, wo ich es wirklich nicht probieren sollte, weil es einfach nicht klappt. Das braucht halt wahrscheinlich noch ein bisschen. Das ist nicht so einfach. Es ist viel einfacher, wenn man gar nicht dribbeln kann, zu sagen, okay, ich bin unter Druck, ich hau den Ball weg. Aber wenn ich Musiala bin und halt meistens durchkomme, dann ist das eine schwierigere Entscheidung. Ich kann natürlich sagen, grundsätzlich einfach nicht vor dem eigenen Strafraum dribbeln, aber dann habe ich aus solchen Situationen keine Konterauslösung. Und wir hatten auch schon sehr, sehr schöne Situationen, wo Musiala eben gerade auch nach Ecken, ist nicht sogar, ne, Wirz war das dann, der, glaube ich, das zweite Tor gegen Ungarn eingeleitet hat, nach einer Ecke, wo er auch in so einer Situation eben ein bisschen Risiko nimmt. Also da gibt es ja auch was auf der Kehrseite. Deswegen würde ich das nicht insgesamt einfach nur wegen der Tornähe verbieten. Und zweiter Punkt ist, dass in dem Moment, wo er den Ball verliert, hat er ja auch alle Mitspieler kompakt hinter sich. Und es gibt easy noch genug Spieler, die das verteidigen können. Und am Ende ist es ja eine Szene, wo quasi Brobey gegen, und dann mit dem, wer hat denn am Ende den reingeschoben? Darmfries. Darmfries. Wo die beiden eigentlich gegen, weiß ich nicht, fünf, sechs Verteidiger stehen. Und das ist eigentlich keine gefährliche Szene, wenn du es konsequent verteidigst einfach. Also das ist dann auch nicht, in dem Moment, wo er den Ball verliert, ist es zwar in Tornähe, aber es ist eigentlich noch nicht gefährlich. Sondern es wird erst dann danach gefährlich mit dem, wie es verteidigt wird. Das möchte ich, das ist mir ein bisschen wichtig, weil man bei sowas ja schnell dazu neigt. Und das ist ja auch im Coaching so. Und da sind wir wieder bei Fußballkultur und so. Bei sowas einfach zu sagen, ja, hau einfach immer den Ball weg bei sowas. Dann entwickelst du halt auch keinen Spieler wie Musiala. Der Kicker schreibt dazu übrigens, ich habe es hier gerade zufällig gesehen, weil sich die Mannen von Nagelsmann aber mehrfach nicht befreien konnten und Musiala dann auch noch leichtfertig am eigenen Sechzehner herumtrickste, bestraft der Oranje die Nationalelf mit dem Ausgleich. Ja, das ist halt... Wir lieben ihn, wir lieben ihn, wir lieben ihn. In dem Moment, wo er einen Fehler macht, ist es herumtricksen. Und er ist arrogant und überheblich. Naja gut, das haben sie jetzt nicht geschrieben. Ja, aber das ist ja ein bisschen suggeriert, wenn man herumtricksen schreibt. Aber gut, was ich generell sagen wollte, ist, dass es glaube ich zwei Punkte sind. Einmal, wie die Mannschaft presst und verteidigt. Und das ist immer noch... Da hat man viel von der EM übernommen, ein bisschen verfeinert, dass es schon sehr mannorientiert ist, meistens. Es gibt ein bisschen seltsame Pressing-Staffelungen zuweilen, dass die Flügelstürmer teilweise sehr viel nach innen arbeiten. Musiala läuft den Innenverteidiger an, vor der Balleroberung zum Beispiel. Es gibt viele Situationen, wo ein Sechser vor den anderen schiebt und man so 4-1-3-2 steht, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Und alles ist ein bisschen darauf ausgelegt, dass man tendenziell Balleroberung und auch eine Balleroberung in einem wichtigen Raum vor absolute defensive Sicherheit stellt. Also das Defensiv-Konzept ist an sich schon ein bisschen riskant. Auch diese komplette Manndeckung, die wir vor dem ersten Gegentor gesehen haben, ist eben auch ein bisschen riskant. Es ist aber auch zur Zeit das etablierte Konzept gegen Ballbesitzmannschaften. Haben wir gegen Spanien ja schon sehr, sehr viel drüber diskutiert, dass du, wenn du das nicht machst, dann wirst du eben hinten reingedrückt. Und da hatten wir auch eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo dann die Kraft ein bisschen gefehlt hat oder das konsequente Aufrücken nach vorne ein bisschen gefehlt hat, wo man dann eben der Niederlande viel, viel mehr vom Feld gegeben hat und nicht mehr so gut in der Partie war. Und deshalb ist, glaube ich, davon auszugehen, dass die Mannschaft einfach tendenziell eine Mannschaft bleibt, die nicht die hundertprozentige Sicherheit nach hinten hat, aber hoffentlich ein bisschen mehr Sicherheit als in diesem Spiel, weil das waren wirklich vermeidbare Fehler, die in dieser Form eigentlich nicht passieren sollten und mit Rüdiger hoffentlich deutlich seltener passieren werden. Und das zweite Thema ist noch, dass wir jetzt eben ohne Gönoran noch viel, viel nicht, aber ein bisschen offensiver aufgestellt sind. Wir haben zwar diese potenzielle Schwachstelle, groß als linker Innenverteidiger in der Konterabsicherung, die haben wir ein bisschen entschärft, oder ne, die haben wir völlig entschärft, aber dafür ist Andrich jetzt auch eine Linie weiter hinten im Gegenpressing und wir haben noch einen Offensivspieler mehr auf dem Feld, was dann dazu führt, dass du permanent nur mit vier Spielern in der Restverteidigung stehst, was offensiv geil ist, aber dir defensiv wiederum nicht die absolute Sicherheit gibt, die einen 3-2-Aufbau, den die meisten Spielen dir gibt. Also das ist schon von Nagelsmann gezielt risikoreich aufgestellt und das ist aber auch, wie Nagelsmann einfach normalerweise arbeitet und was ihm gute Dienste geleistet hat und wo wir auch gesehen haben, dass das eben unterm Strich schon ziemlich gut funktioniert, solange die Mannschaft nach vorne dann natürlich auch funktioniert. Und da kleine Themenänderungen an der Stelle, aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Spielaufbau gegen hohes Pressing fand ich einen Schritt nach vorne, weil Ter Stegen da tatsächlich, würde ich vielleicht sagen, noch besser als neuer ist. Auf jeden Fall diese Flachpässe bis nach vorne auf einen Zehner oder einen Stürmer durch, durch das gesamte Mittelfeld, das ist halt wirklich eine Waffe und das ist, wenn du das ein bisschen stabilisiert kriegst mit der Ablage dann noch aus der Szene, dann kannst du dieses relativ einfache Mittel, wir stellen den Gegner einfach mannorientiert zu und dann hoffen wir, dass das reicht, das funktioniert dann in dem Moment, wo du solche Pässe vorne rein spielen kannst, eigentlich nicht mehr und das kann strategisch noch ein ganz großer Faktor sein. Ja. Hat er auch einmal jetzt gegen die Niederlande einen üblen Fehlpass gespielt, das war relativ am Ende des Spiels, aber ja, das war ganz eindeutig zu sehen und vor allem, du hast gesehen, welchen Unterschied es hat. Beide haben eine tolle Spieleröffnung, sowohl Manuel Neuer als auch Marc-André Ter Stegen, aber bei Neuer war das vor allem zuletzt eben häufig diese gechippten Bälle gegen anläufende Gegner auf die andere Seite oder sogar über den Druck hinweg ins Anlaufen hinein und Ter Stegen hatte ganz offensichtlich auch die Ansage, weil wenn er den Ball hatte und die Innenverteidiger links und rechts von ihm standen, dann hat er nur tief geguckt. Der hat höchstens peripher direkt seine Innenverteidiger gesehen, da hätte er den Ball auch hinbekommen, aber der hat nur tief geguckt und hat da ja auch wirklich zwei, drei Laserpässe hingespielt. Ist mir auch aufgefallen. Aber Caro, du wolltest auch noch was sagen. Ich wollte auch noch was sagen. Die Frage ist jetzt, wozu? Ich sage erst mal, ja, nur in die Tiefe geguckt, das macht, glaube ich, wirklich, das machen wirklich alle. Also das ist ja das Credo, darum geht es ja. Ja, aber der hat mehr in die Tiefe geguckt als ein Ablohetaucher. Okay. Es ist 0.07 Uhr, danke. Ach komm, ey, so schlecht war das. Der war gut, ja. Ja, mein Guter, mein Guter. Ja, nee, 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 jetzt will ich auch kein Mitleid. Mach deinen nächsten Punkt. Nein. Ja. Jetzt habe ich dich rausgebracht, das tut mir leid. Ja, mach, das ist okay. Es ist nicht leicht, mich rauszubringen heute. Wie, als wärst du ein Hund wegen Gassi gehen oder so. Mein, äh, ich wollte, ich wollte mich, ich wollte Max ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, danke, es ist dir gelungen. Ach so. Also wir waren ja beim, ähm, beim Pressing. Ja, und bei Risiko. Genau. Ich glaube, da hattest du Luftgeholt, Caro. Und da hat man eben schon gesehen, also es ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe aber auch, und daher kam ich nämlich auch, also dieser Grundgedanke, den ich heute irgendwann hatte, dass das fast das geilere Team ist als bei der EM. Wo man natürlich erst denkt, boah, das ist ja total populistisch, das jetzt zu behaupten, wie soll was toller sein als irgendwie mit Toni Kroos und so weiter und so fort. Das kam aber halt auch daher. Ja, naja, ich meine so sehr, wie wir es gefeiert haben. Wie soll was toller sein als mit Toni Kroos? Ja, das ist, äh, bin, äh, bin, äh, aber ich meinte, wir haben es ja alle sehr gefeiert und das wäre jetzt ja Quatsch, so, man neigt nämlich auch mal so dazu, im Sportjournalismus im Nachhinein dann doch mal alle Dinge entweder viel zu toll zu finden oder viel zu schlecht zu finden im Nachhinein. Aber daher kam nämlich dieser Gedanke bei mir, dass ich das Gefühl hatte, man sieht eben so ein paar einzelne Elemente, die wir bei der EM kaum so gesehen haben und das hat mir total Spaß gemacht. Und ich meine, allein Martin wird Standing Ovations bei der Einwechslung von Maxi Bayer gegeben haben, weil wir den ja endlich auch gesehen haben. Also ich weiß nicht, Caro, ob du da auch ähnliche Gedanken in die Richtung hattest. Es war einfach frisch auch so ein bisschen, obwohl viel ähnlich war zur EM. Auf jeden Fall und das haben wir ja auch während der EM schon die ganze Zeit gesagt, dass das jetzt so eine Art Patchwork ist. Ein Quick Fix hast du, das ist glaube ich das Zitat von Max aus irgendeiner Sendung, dass man in kürzester Zeit mit den Mitteln, die man hat, ein Spielsystem etablieren wollte, was nicht allzu komplex ist, was funktioniert, was die individuellen Stärken herausstellt. Und jetzt hatten wir gegen Ungarn das Spiel, wo von den zwei Ausnahmetalenten des Deutschen und auch zwei Ausnahmetalenten des Fußballs international die Stärken so stark zur Geltung gekommen sind, wie noch in keinem Spiel zuvor. Und ja, ich glaube, daher kommt das auch, dass es jetzt noch mehr Spaß macht, weil wir erstens eben, weil erstens eben das Spielsystem weiter etabliert ist, weil das Spiel auch etwas komplexer wird. Martin hatte auch während der EM angesprochen, dass es jetzt alles auch relativ easy ist, was da gespielt wird. Und zweitens, weil der Umbruch ja jetzt sozusagen in seine finale Phase geht. Alle Weltmeister von 2014 spielen nicht mehr mit. Wir haben mehr junge Spieler, du hast Maxi Bayer angesprochen, die jetzt in die Mannschaft rücken und die das Mannschaftsgefüge verändern. Es ist eine sehr interessante Zeit, weil sich auch zeigen wird, wer sich da wie durchsetzt. Gut, Kimmich ist der neue Kapitän, das ist klar. Aber ansonsten, ja, es ist einfach eine sehr interessante Zeit, die mit noch interessanterem Fußball gefüllt wird, würde ich sagen. Ich will an der Stelle noch bemerkenswerter als Bayer oder noch relevanter kurzfristig als Bayer ist vielleicht sogar Pavlovich, der mir vielleicht sogar noch besser gefallen hat als Groß, aber der wirklich, boah, das hat schon so hier und da, darf ich sagen, oder muss ich mich dann selber rausschmeißen? Aber das hat schon so ein bisschen Busquets-Vibes hier und da, was er macht. Jeder aus der Spielverlagungsbubble fällt gerade in Schockstarre. Ja, aber tatsächlich, es gab diesen einen gechippten Pass, den er gespielt hat, auf Kimmich, den Kimmich auf Würz legt und Würz spielt auf Musiala und dann kommt es zu diesem geblockten Schuss, der er zur Ecke führt. Und da war, mein erster Gedanke war, und genau, und das Besondere war, das war nämlich so ähnlich wie Toni Kroos, der Ball kam von rechts und normalerweise hätte quasi Pavlovich aufdrehen können und nach links verlagern. Raum stand da nämlich auch schon und war bereit. Aber er hat wieder zurück über den Druck hinweg gespielt. Also genau etwas, was wir bei Toni Kroos mal so in einer Folge hervorgehoben haben. Und mein erster Gedanke war, boah, also sollten die Bayern wirklich irgendwann Florian Wirz holen, dann wäre das ja cheaten fast schon, wenn die wirklich mit dieser Konstellation auf dem Feld stehen würden. Das wäre tatsächlich mal eine Abschlussfrage an euch gewesen vor den Awards. Wer wohl die Sechser sein werden bei der WM 26? Karo, bist du auch so im Pavlovich-Hype? Ja, bin ich, bin ich. Aber alleine wegen der Geschichte von dem, also das ist ja so ein Raketenaufstieg gewesen von einem Spieler aus der Bayern-Jugend. Und dann, ich glaube, also was hier Bayern-Dings, Bayern, wie heißt das, Bayern-Kette, Bayern-Mauer, die nicht mehr dabei ist, ist vollkommen egal. Man stellt mit Pavlovich, mit Bayern-Blog, danke schön, danke. Das Wort hat mir gefehlt, weiß ich doch, Bayern-Blog, klar. Du hattest einen Bayern-Blog im Kopf. Ich hatte einen Bayern-Blog im Kopf. Wenn so jemand kommt aus der eigenen Jugend vom FC Bayern, freut euch an dem, liebe Bayern-Fans, weil, ja, also ich bin ganz begeistert von ihm, war es schon in der vergangenen Saison in der Liga und es ist für mich einer der Spieler, die es am interessantesten wird, die kommenden Jahre und Monate zu beobachten. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir 2026 bei der WM, wird an Pavlovich nichts, kein Weg vorbeiführen. Sehe ich auch so. Und dann ist es dann Groß-Pavlovich? Oder müssen wir noch über Ancelo Stiller zum Beispiel sprechen? Oder ist es dann vielleicht zu sehr auf den Pass hin ausgelistet? Groß muss man mal gucken, der ist dann 35. Also, da kann man, glaube ich, noch keine richtige Prognose stellen. Andrich macht sich schon auch sehr, sehr gut in der Mannschaft. Welcher ist der? Ich glaube, der ist im besten Alter, ne? 29. Ja, also Andrich, bei Andrich hatte ich heute zweimal den Gedanken, auch als er diesen geilen Pass gespielt hat vor dem 2 zu 1, dachte ich mir, der hat halt wirklich Pech, dass er in diesem Team spielt. Wenn der, also das Extrembeispiel wäre, wenn er in erster, Amtszeit von Rudi Völler gespielt hätte, dann wäre der quasi der Buskets, der deutsche Buskets gewesen, weil der kann ja wahnsinnig viel und der kann ja auch sehr, sehr gute Pässe schlagen, aber es ist halt, es sieht halt nicht so geschmeidig aus wie bei Musiala, es hat nicht die Brillanz, die Groß oft mit drin hat, es hat nicht die exakte Schärfe, die ein Wirtz oft in seinen Pässen drin hat, also es ist quasi immer nur 95 Prozent von dem, was die anderen können und deswegen sieht er aus, als würde ich da mitspielen, aber das ist, er hat ja einfach nur Pech. Max, wärst du auch so ein Feuerlöscher, wärst du auch so ein Feuerlöscher wie Andrich, weil da haben wir ihn ja auch immer gelobt, weil er in solchen Situationen ist er schon einer, der häufig da war, ich habe ja auch hier kritisiert an der Schnelligkeit, was wahnsinnig unfair ist, weil da wird sich jetzt auch nichts mehr dran ändern, der wird jetzt nicht mehr der große Sprinter, aber er ist trotzdem einer, der sich dazwischen wirft und einen sehr großen Einsatz zeigt und das sind ja auch Qualitäten in der Mannschaft, die defensiv die Probleme hat, über die wir gesprochen haben, die dann sehr wichtig sind und dann eben so ein Gegentor, der Andrich ist einer von den Top 3, die solche Gegentore, wie sie gegen die Niederlande gefallen sind, eben auch verhindern kann und auch verhindert hat gegen Ungarn zum Beispiel. Hat gegen Ungarn zweimal aus Situationen, wo er glaube ich 20, 30 Meter in der gegnerischen Hälfte drin steht und dann einfach komplett den gesamten Weg bis zum eigenen Strafraum zurück macht und dann einmal sogar noch am Gegenspieler irgendwie vorbeikommt und einmal im Rückraum den Ball aufsammelt. Das ist schon, das macht dann schon einen Unterschied, ob einer den Weg eben macht oder nicht. Er lockt ja auch immer diesen Schuss, richtig klasse, ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Minute das war. Ja, okay. 7.50. Sehr gut, Caro. 0.16 und sie ist zur Stelle. Also wir werden es uns anschauen. Jetzt bin ich wieder da. Mit der Doppel 6, aber es ist, es waren auf jeden Fall zwei sehr interessante Länderspiele, 5 zu 0 gegen Ungarn und 2 zu 2 gegen die Niederlande und es passt toll, dass du jetzt wieder da bist, Caro, denn wir müssen jetzt noch unsere Awards vergeben. Ich habe es vorher gar nicht angekündigt, aber komm, so ein MVP in Ansang Hero und ein Moment der beiden Spiele, den schütteln wir doch einfach aus dem Ärmel. Caro, wen würdest du denn als MVP nominieren wollen? Ach, ich bin die Erste, dann habe ich es ja wirklich wahnsinnig einfach und sage natürlich Jamal Musiala, weil ja, da bin ich nicht die Erste und nicht die Letzte. den Himmellupf für das Ungarn-Spiel und so viel, wie wir auch zu Recht an ihm kritisiert haben heute, ist das doch einer der Namen, die die Begeisterung für den Fußball der deutschen Nationalmannschaft transportieren und auch in Zukunft dafür stehen werden. Und ja, das kann ich jetzt sagen, weil das wäre sonst auch ein guter Moment, einfach dieses 2 zu 0 gegen Ungarn, da ist jede Entscheidung richtig, da ist der Abschluss perfekt, da ist der Lauf gut. Ja, Kurz hat ein bisschen Glück, dass der Ungarn nicht so der Beste ist, aber für mich ist das eben nicht, was du gerade vorgelesen hast mit den Tricksereien. Da ist Musiala für mich überhaupt niemand, der unnötige Tricksereien macht. Ganz im Gegenteil, der kann auch gut schnörkellos spielen und nur das machen, was wirklich nötig ist und brilliert damit so sehr und nicht, weil er die geilsten Tricks auf dem Platz parat hat, sondern... Im Wesentlichen wackelt er und läuft dann am Gegner vorbei, also einmal kurz wackeln und dann am Gegner, wenig Tricks eigentlich mehr. Also, Jamal Musiala sicher eine naheliegende und gute MVP, weil Martin, hättest du noch jemand anderen auf dem Zettel, darfst du dich ja auch anschließen. Ne, eindeutig Florian wird es für mich, fand ich unfassbar. Ich hab das Gefühl, der ist wirklich seit letzter Saison einfach nochmal eine Stufe besser geworden und ich hab gerade auf Twitter, hat glaube ich gestern jemand geschrieben, dass er gerade Rasenfunk-Folgen nachhört und meint, find jemanden, der dich so liebt, wie Martin Raffel, Florian Wirz liebt. Und das ist die letzte Version und ich glaube, die aktuelle Version ist noch eine ganze Stufe besser. Also deine Liebe zu ihm. Ne, also einfach, was er spielt, also wie er Pässe in den Strafraum reinbringt, aus was für Situationen, wie er Drucksituationen auflöst, wie er das 1-0 gegen Ungarn einleitet mit diesem Kontakt, den er so aus der Luft fischt und davor leitet er schon eine Situation ein, diesen Abschluss von Völkrug, wo er den auch so Bergkampf-Style in der Luft killt und sogar dabei noch am Gegenspieler vorbeilegt. Oh, es ist so, es ist so smooth, es ist so präzise, es ist so schlau und der ist einfach so untouchable, verbindet alles, was auf dem Platz passiert und lässt diese, also ich finde, der ist komplett auch so der Motorraum dieser Mannschaft, also der sorgt dafür, dass der Gegner aus der Balance kommt und dafür, dass was passiert und dass Dynamik entsteht und dann aber auch, dass die Dynamik nach vorne weitergeleitet wird und dass die Sachen auch zu Chancen werden und dann teilweise dann auch, dass die Chancen noch verwandelt werden und so, also der macht wirklich alles und das ist, ja, ich kann nicht, man kann nicht genug positive Worte dafür finden, wie viel positiven Einfluss der auf das Spiel seiner Mannschaft hat und das auf einer Position, die nicht mal seine A-Position ist. Ja, interessant, vor allem, weil ich noch gesagt hätte, gegen die Niederlande hatte er gar nicht seinen besten Tag und also es wirkte mir auch, bei ihm so zu sein, also er hat sich einmal da von Timber nach so einem Ball an die Grundlinie, da hat er sich quasi so abdringen lassen, dass der Ball ausgegangen ist und hat er dann Wut im Brand den Ball an die Bande geschossen, also man hatte auch den Eindruck, aber dennoch hat er es geschafft, dich so zu begeistern. Ich würde aber, ich nehme jetzt aber extra noch einen weiteren Namen als MVP, also ihr habt hervorragende Cases gemacht, aber ich würde dem Motor-Argument einen Spieler gegenüber stellen, weil du gesagt hast, er ist der Motor des deutschen Spiels, was machst du denn dann mit Joshua Kimmich, der ja nicht nur jetzt als neuer Kapitän, aber ich fand in beiden Spielen wirklich sehr viel Haltung auch gezeigt hat, also auch die Art und Weise, wie er dann zum Beispiel ganz schnell einen Einwurf noch ausführt in der 91. Minute, weil er noch dieses Tor will. Ich hatte da auch so Motor-Assoziationen bei Kimmich, wäre jetzt mein MVP gewesen, weil ich finde, waren auch zwei sehr gute Spiele von ihm. Ja, ich finde so ein bisschen die, die Achse ist wahrscheinlich so Kimmich, Wirtz, Musiala, Groß-Pavlovic, so mit den vier. Sehr verbrodene Achse. Ja, ja, aber wenn du so die vier auf dem Feld hast, ich glaube, dann läuft das Spiel und die anderen drumherum passen auch alle dazu, da noch ziemlich gut dazu. Es gab aber auch eine Phase gegen die Niederlande, wo wirklich in einer sehr fast zu hohen Sequenz von Kimmichs rechter Seite geflankt wurde. Also gegen Ungarn war er mehr so dieser, dieses, sag ich mal, Genie im Hintergrund. Genie, krasse Formulierung, aber gegen die Niederlande war er teilweise sehr aktiv, weil es ansonsten keine anderen Räume gab. Die geplanten Halbräume, von denen Martin gesprochen hat, in die Deutschland viel spielen wollte, die gab es einfach nicht und dann wurde viel über ganz außen gespielt und vor allem in der ersten Halbzeit ständig über die Kimmich-Seite, aber von da hat auch nicht, hat auch nicht viel funktioniert. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das gucke, aber er ist offenbar auch, also er ist ein guter Gärtner. Ich hab, hab dir das DFB-Video zufällig gesehen, bei dem er die Bäume gepflanzt hat, also ist natürlich totaler Quatsch und auch mehr oder weniger PR, aber ich, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, vielleicht bin ich jetzt kein Journalist mehr, aber auf einmal gucke ich diese Videos wieder gerne, wie die da in Herzogenaurach sind und dann haben sie eben eine Banane gepflanzt und eine Feige und haben doch, und das hat halt Kimmich gemacht mit einem anderen und eigentlich meine Lieblingsszene war aber dann David Raum, der zeigt dem, der Frau hinter der Kamera, hier guck mal, ich hab mir ein neues Tattoo machen lassen, wer einem nicht aufgefallen hat, sonst hätte er es nicht gesagt und zwar sieht man ihn, wie er die Flanke schlägt, zum 1 zu 1 gegen Schweiz und Niklas Völkrupp steht neben ihm und sagt, ja wegen dem Tor sind wir bei der EM ausgeschieden, weil wir im falschen Turnierbaum gelandet sind. Das fand ich so gut als Reaktion darauf, dass er sagt, hier guck mal, habe ich mir tätowieren lassen. Also, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Vielleicht war die Sommerpause zu lang für mich, dass ich auf einmal solche Videos auch gucke und sogar da dann den Zusammenhalt des Teams ganz gut finde. Gehen wir weiter in die nächste Kategorie, Unsung Hero. Caro, wen magst du nominieren? Ich hab, ich hab überlegt bei Unsung Hero, zu lange jetzt anscheinend, weil ich hab ja schon während wir noch hier eigentlich am heiß diskutieren waren, nachgedacht und ich wollte eigentlich jemanden nehmen, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Jetzt hast du dieses dusselige Tattoo von David Raum angesprochen, weil ansonsten habe ich damit geliebäugelt, ihn zu nehmen, weil klar, da waren ein paar technische Fehlerchen dabei bei David Raum, aber eben auch richtig geile Flanken und für mich in beiden Spielen, kann ich nochmal zurück, nein, ich muss jetzt, ich bleib jetzt bei David Raum und für mich war es, ist, ja, doch, David Raum wegen sehr, sehr guter Flanken dabei. Ich hab auch kurz überlegt, Testegen zu nehmen, aber Testegen wurde davor so… Jetzt nehmen uns doch nicht die Spieler. Wir kommen doch noch. Ja. Und, und David Raum, er ist einfach sehr gut darin, also ist ja, gehört zum Standardrepertoire eines Rechtsverteidigers oder Linksverteidigers inzwischen, dass du bei Flanken von der anderen Seite einrückst, aber das jeweils auch gut gemacht, also das 1 zu 0 gegen Ungarn, was ja auch richtig schön herausgespielt war, das fällt auch deshalb, weil eben David Raum, Florian Wirtz nach dem gechippten Ball von Schlotterbeck diese Option überhaupt bietet für diesen Ball und dann haben sie letztlich da ein 2 gegen 1 ausgespielt am zweiten Pfosten mit noch einem Querpass und noch einem Querpass. Ja, ja, bringt, bringt auch viel Energie auf den Platz, also fleißig, würde ich sagen. Martin, magst du was ergänzen oder jemand anderen nennen? Ich mag nochmal Kai Havertz nennen, ich glaube, da sage ich was, was ich fast genauso bei der WM, äh, EM schon mal gesagt habe und ich habe jetzt wieder gehört, dass er immer noch Hate abkriegt von den Leuten und da muss ich mal sagen, haltet mal das Maul jetzt langsam, das geht ja, das geht ja so nicht, also der bringt so viel mit, äh, der macht so viel fürs, fürs Team auch, es ist, ähm, ziemlich geschickt darin, richtige Räume zu finden im richtigen Moment, hatte ich vorhin schon diesen, diesen, ähm, das 1 zu 0 gegen Ungarn erwähnt, wo er dann Breite gibt für Wirtz, also er geht in den richtigen Momenten tief, kommt im richtigen Moment entgegen, ist ein sehr guter Kombinationspartner für, für die beiden Wunderkinder links und rechts von sich, ähm, und Fint, ich finde so als hängende Spitze, der so überall auftauchen kann mit seinem Profil, ist er wirklich, ist er sehr schwer zu greifen für den Gegner, bringt nochmal so ein, so ein, so ein überraschendes Element mit ins, ins Spiel, ähm, ist immer potenziell extrem gut darin, äh, Kontersituationen auch einzuleiten und, ähm, ich kann, ich kann nachvollziehen, dass man ein bisschen anhand seiner Chancenverwertung ein bisschen, ähm, frustriert ist, äh, aber bin mir auch sicher, dass das nicht so bleibt und dass man ihm nur genug Zeit geben muss, dass die Dinger dann auch nicht mehr in die Latte gehen, sondern dann auch wieder rein ins Tor und, ähm, äh, ja, hier und da, äh, wirkt er ein bisschen lethargisch, aber insgesamt, was er einfach macht, das ist, äh, das ist schon sehr, 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 sehr gut und fügt sich, äh, vor allem jetzt in dieser Form noch mehr fügt sich extrem gut in die Mannschaft ein, also wirklich, der harmoniert so gut mit den, mit dem, allem, was um sich herum passiert, ähm, das ist schon, äh, sehr wertvoll, den da drinnen zu haben. Ja, ich würde fast behaupten, dass Kai Havertz mit die höchste Spielintelligenz auf dem Platz hat, einfach aufgrund seiner, ähm, herausragenden Raumdeutung. Ja, kann man so sehen, also, ähm, also an Florian Wirtz kommt natürlich für Martin niemand vorbei, das ist ja schon klar, das haben wir ja schon gehört, aber, ja, also Kai Havertz, sehr, sehr gute Wahl und dann kann ich jetzt Marc-André Tastegen nehmen, finde ich sehr schön, dass ihr mir den freigelassen habt, noch hinten raus, er ist jetzt endlich die Nummer eins, er hatte undankbare Spiele, weil jetzt so viel auch nicht zu halten war, aber er pariert zum Beispiel diesen Schuss, äh, freistehend, den hält er richtig gut, das hätte das 2 zu 0 für die Niederlande sein können, er hat eben die Laserpässe gespielt, es war nicht alles perfekt in seinem Spiel, aber ich finde dafür, dass das das Thema der letzten Jahre war, warum bekommt er nie eine Chance oder von Leuten, die eher so neue Fans waren, die gesagt haben, der hat doch immer gepatzt, wenn er gespielt hat, dafür waren das zwei sehr gute Länderspiele und er ist definitiv auch der Unsung Hero. Danke für dieses Wortspiel, Martin, dass du es mir geliehen hast, ich habe es sehr gerne genommen. Dann brauchen wir jetzt noch einen Moment aus den beiden Spielen, der uns besonders gut gefallen hat. Caro, was ist dir in Erinnerung geblieben? Ja, und dann nehme ich jetzt auch was ganz Klischeehaftes, ähm, und zwar das, äh, erste Tor im Ungarnspiel in der 20. Minute, weil das einfach so ein wunderschöner Angriff war, ähm, ah nee, das war, das war, nee, ich nehme nicht das Tor, ich nehme den Angriff vor dem ersten Tor, weil, ähm, da eben Völkrug, der hat ja dann später das 1 zu 0 geschossen, aber mit Völkrug jemand beteiligt war, der schon immer ein sehr großer, äh, Fanliebling beim, beim DFB war, eben gegen Ungarn von Anfang an gespielt hat und auch, äh, sich gut geschlagen hat, da eben die erste Chance hatte nach einem wunderschönen Angriff, der durch, an dem eben Musiala und Wirz beteiligt waren, gab viele Angriffe, an denen beide beteiligt waren, aber gerade dieses, dieses Trio zusammen und, ja, für mich der Moment, äh, ein, einer der Momente des Spieltages, weil Wirz und Musiala die beiden sind, die einfach, ähm, dieses, dieses Quäntchen extra an, äh, Freude beim Kucken liefern und mit Völkrug eben an der Situation auch noch der Publikumsliebling, der jetzt auch in die, durch die Pressekonferenzen, ähm, getingelt ist, äh, beteiligt war. Sehr schön. Niklas Völkrug, gute Besserung an die Achilleszene. Martin, was war dein Moment der Spiele? Ich habe überlegt, aber die, die kannibalisieren sich gegenseitig, dieser, den ich schon gesagt habe, dieser Bergkamp-Touch von Wirz zur ersten Völkrug-Chance. Und dann hat Undaf aber auch nochmal so einen Kontakt tatsächlich gehabt, äh, im Spiel heute. Äh, deswegen kann ich mich zwischen den beiden nicht entscheiden und gehe weiter auf, ähm, das ist aber eh geworden, ich wollte das nur nochmal erwähnen, haha, ähm, auf das, äh, 2-zu-1-Tor, ähm, gegen die Niederlande, äh, was einfach, ich, ich war so, also meine Reaktion war so, wow, meine Güte, die sind so gut. Das habe ich, glaube ich, laut gerufen. Ehrlich? So, weil einfach, ja, weil einfach, das ist so ein, so ein sauberes und logisches Tor. Oh, und ich, ich liebe ja diesen Pass, wenn der Gegner halt, wenn der, wenn man den Gegner so im Zentrum besetzt, dass er wirklich alles aufs Zentrum committen muss und dann mit acht, neun, zehn Spielern einfach nur das Zentrum zumacht und dann auf der Ballfernseite dahinter einlaufen, drüber, äh, chippen und dann, dann reinspielen. Das ist so ein schöner Pass. Und Karo und ich verstehen den Gag. Ja, und, ähm, das ist, äh, super nice ausgespielt dann aus diesem Pass heraus und das, dazu noch am Ende der ersten Halbzeit, was ich als eine sehr, sehr gute erste Halbzeit empfunden habe, ich fand, ähm, Mannschaft hat da sehr, sehr guten Fußball gespielt und ich hasse das immer sehr doll, wenn eine Mannschaft richtig gut spielt und dann nicht mit einem Ergebnis da rauskommt, weil man, dann, dann ist man immer in der, in der Verlegenheit, äh, irgendwie rechtfertigen und erklären zu müssen, dass die ja, dass die doch gut waren und das war dann so kurz vor, kurz vor Schluss dann auch nochmal sich für die, für die gute, äh, Halbzeitleistung, ähm, belohnt, das war dann auch nochmal, hat es dann nochmal besonders abgerundet. Mhm. So, und dann nehme ich noch einen Moment aus dem Ungarn-Spiel, ein ganz besonderer Moment, äh, der, der mein Herz entflammt hat und zwar ist es was ganz Tolles passiert in der 77. Minute, da sind Kimmich und Wirtz auf dem rechten Flügel und der Strafraum ist gut besetzt, das war die Phase, wo Ungarn schon sehr tief stand und wo gar nichts mehr ging bei Ungarn und beide, und jetzt aufgepasst, vermeiden die Flanke, beide hätten flanken können, beide haben auch gesehen, da sind Spieler und beide haben sich gesagt, nein, dieses Stilmittel will, wollen wir nicht anwenden, so schießen wir heute nicht Tore, sie passen den Ball nochmal zurück, Pavlovic sieht das, bekommt den Ball auf der 8. Position, gibt ihn nochmal zu Wirtz, läuft durch, bekommt den Ball zurück, hätte eigentlich nochmal querlegen müssen, wenn man streng sein will, dann wäre es ein ganz, ganz sicheres Tor gewesen, aber er hat den Ball auch so verwandelt, da sah Gulashi nicht ganz so gut aus, war das 4 zu 0, aber das Vermeiden der Flanke vor dem 4 zu 0, das war mein Moment dieses Sommers. Ich sag's, wie es ist, richtig, richtig schön. Du hast ja einen tollen Sommer gehabt, wahrscheinlich. Aber echt, ja. So ist es eben. Aber dafür ist es eben der Rasenfunk und ich hab mich sehr gefreut, dass ihr zwei euch wieder die Zeit genommen habt, hier mit mir über diese Spiele zu sprechen. Herzlichen Dank an Martin Rafid, ihr könnt diesen Herren als Dozenten haben in der Spielverlagung Academy, wird natürlich verlinkt in den Shownotes und dann wisst ihr auch, warum dieser Pass auf der 1 steht bei Martin. Es ist nämlich buchstäblich die erste Option aus einer solchen Situation heraus. Martin, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Sehr gerne, freut mich. Eigentlicher Unsung Hero, fällt mir gerade noch ein, eigentlicher Unsung Hero Kyle Walker Peters. Das ist allerdings wahr. Der ist so ansang, dass ich ihn sogar falsch geschrieben hätte, sehe ich jetzt gerade, wo du's hier geschickt hast. Das I wäre mir entgangen im Nachnamen. Also, herzlichen Dank. Ich hab's dann nochmal nachgeguckt. Für deine Zeit. Nee, das I ist falsch. Ja, fantastisch, Martin. Na gut. Dann übergeben wir das einfach. Caro, schön, dass du hier warst. Danke, es ist nicht immer einfach nach einem langen Arbeitstag dann hier nochmal so eine Nachtschicht einzulegen. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast wieder für den Rasenfunk. Ja, danke, dass ich da dabei sein durfte. Und ja, ich saß hier so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser an der Kurve, weil ich was ausbrüte, glaube ich. Und während ich hier saß, ist so mein Blick immer schummriger geworden. Aber am Ende hatte ich dann ja doch nochmal einen kleinen Energieschub. Und es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und das nächste Mal wieder in alter frische und mit mehr Stimme und mehr Grips. Also, Ansagen, Harry und Caro. Ja, gute Besserung. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst, der Rasenfunk ist allein von euch finanziert und nur durch euch möglich. In dieser Folge möchte ich danken der ewige Ocker, Gerrit H., Gottfried Bayer und Felix Agni. Ne, Feli Agni, Entschuldigung. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter auf rasenfunk.de slash Supporters Club. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht via PayPal, Google Pay, Apple Pay, Kreditkarte, Kontoüberweisung, was ihr wollt. Rasenfunk.de slash Supporters Club. Und unterstützt uns doch gerne auch mit einer positiven Bewertung in einem Podcast-Portal eurer Wahl und in dem ihr uns weiterempfehlt. Denn komischerweise, auch nach der EM, kennen immer noch viele diesen Nationalteams-Feed nicht. Ich check es nicht. Erklärt ihr es mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn es liegt in eurer Verantwortung. Erzählt weiter, dass es uns gibt. Bleibt gesund. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Bis zum nächsten Mal.